Willkommen zurück zu Let's Play Saints Row The Third Remastered. Wir gehen in die Garage, suchen uns irgendein Fahrzeug aus. Ach ja, gut. Dann nehmen wir einfach mal den ohne die Saints-Bemalung. Verbesserungen haben wir nun ja auch einige und Geld haben wir auch. Wir nehmen beidhändige Pistolen. Gesundheit, Gesundheit, Regeneration 4 machen. Ja, wobei, viel Geld. Kampf. Ja, nehmen wir das. Das ist immer gut. Äh, was? Nein. Was haben wir doch gekauft? Schnelles, ja, schnelles Nachladen machen wir auch nur noch. Kostet ja nur 14.000. Hab ich das jetzt gekauft? Was hab ich gerade gekauft? Oder hab ich... Ah, ich hab... Okay, wir hatten zwei noch nicht mal. Fahrzeuge. Nitro. Jedes deiner Fahrzeuge hat ein Nitroantrieb. Das ist gut. Wie teuer? 56. Gut, wir haben nicht mehr viel Geld, aber... Wir haben Nitro. Wie aktivier ich den? Jedes deiner Fahrzeuge. Also, wenn der Panzer kein Nitro hat, dann hat der Text hier gelogen. Aber wir testen das mal hiermit. Okay, der Panzer hat kein Nitro. Oh, weg da! So, dann... Auftrag. Wir haben jetzt wieder zwei. Wir machen das hier. Egal, wir haben es geschafft. Auch mit ein bisschen Schaden im Auto. Okay, sobald sie uns sehen... ...werden sie uns erschießen. Verdammt, zu spät. Ich bin zu spät gesehen, dass ich hier links muss. Ups. Egal, der ist hoffentlich tot. Wenn nicht, dann töten wir den wann anders. Ja, wir hängen jetzt problemlos ab. Wenn nicht irgend ein Passant uns in die Seite reinrammt... ...und ich gegen irgendeinen fast näher Knall. So, gleich sind wir da. Hier vorne. Oh, massive Wand. Aua, nein, was macht der denn? Okay, schnell die Mission starten, bevor wir hier noch... ...sterben. Okay, ich bin fertig. Ich will Kilbane. Du willst Kilbane zu töten? Du musst seine Reputation zu töten. Also, was? Wir schuldigen ihn? Ja, wir können nicht nur den Bastard töten? Wir nehmen Kilbane's Maske und all das left ist Eddie Pryor. Es ist schwer, als zu töten ihn. Ich weiß, das ist eher Angel's Sache. Kilbane würde niemals aufhören, dass Angel kämpft. Er ist mehr Angst, dass Angel an mich? Ja, keine Offenheit, aber du bist irgendwie schuldig. Relax. Du bist so heiß. Du bist so heiß. Du bist so heiß. Jetzt sind wir wrestling. Oder auch nicht. Ja, vielleicht noch. Die RC-Gun. Du brauchst es, um die Luchdruck-Vehikeln zu töten. Können wir sie einfach schütteln? Die sind supposed to look like Accidents, weißt du? Ist es aus hierher funktionieren? Mhm. Wunderbar. Ist Kilbane wirklich so Angst, von dir? Nein, ich bin besser als ihn. Und du denkst, du wirst mich schulden? Wenn es keine mehr Verletzungen gibt, dann musst du ihn. Ich sage, wir töten ihn einfach. Es ist leicht, aber nichts mehr zu tun, ist leicht. Wenn du die Maske von Kilbane hochstest, dann wirst du wissen, dass du die richtige Wahl gemacht hast. Hast du gesagt, Sir? Was soll die Musik nun? Ach so. Radio ist an. Die Waffe gefällt mir. Die sollte ja mal nicht die ganze Zeit jeden Patienten töten. Das Luchdruck, der nach dem Auto geht, ist der Madmangler, Little Roberts. Madmangler? Nehmt mich, dass ich mich überrascht habe, dass er mich in eine Box sendet. Äh, eigentlich ist es ziemlich weit weg. Oh Gott, ich habe nicht mehr... Oh Gott, ich habe nicht mehr... Oh Gott, ich habe nicht mehr... Oh, das Auto rutscht, aber sehr stark. Selbstzerstörung können wir hier mit nicht machen. Oh, das... Ist aber gleich auch... Oh, zerstört. Viel geschlagen. War da irgendwer Wichtiges drin, was ich hier nicht mitbekommen habe? So, jetzt machen wir das besser. Daneben. Ich habe nicht die getroffen, die ich treffen wollte. Die Steuerung von diesem Fahrzeug ist doch echt komisch irgendwie. So, zurück. Und weiter. Gute Schacht, begib dich zur Tankstelle. Können wir tanken oder uns sprengen? Werden wir gleich sehen. Fahren mit dem Auto in die Zapfsäule. Ah ja, das machen wir. Machen wir doch gerne. Ein zweiter Versuch. So, geschafft. Das ist schlecht für dich, Kinder. Wer ist nächster? Chris Thriver, Klubler Johnson. Er sollte jetzt sein Boot sein. Er ist mit den Baby-Seilden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es wird hier im Wald sein, hinter den Stuhl-Kägen! Wenn du wusstest, dass wir deine Maske gehalten haben, warum schaust du ihn vorhin? Du hast meinen Stuhl gebrochen. Ich dachte nicht, dass ich es genug war, um ihn zurück zu bekommen. Was hat sich verändert? Mit den Stuhl zu treffen. Hier ist es. Ist das die richtige Sache? Ich weiß, dass ich jede Kurve, jede Farbe, jede Markung auf dieser Maske... Dann legst du das Ding auf und los! Let's go! Angel de la Muerte ist reborn! Zeit, dass wir unsere Rassi entfernen. Marriott, es ist Zeit, um Kilbane zu senden. Oh! Ja, daneben. So. Oh, den hätte ich gern. Okay, wir nehmen erstmal was anderes, damit wir rauskommen, lebend. Wer hat denn hier alles in der Zeit wieder repariert? Obwohl, ne, das ist ja gar nicht alles repariert. Wir gehen mal nach oben und zerstören ein paar Statuen. Oh, hallo. Komm mal her. Und runter mit dir. Ups, einmal rüber geworfen. Er ist auch nicht so schlecht. Ich glaube, der fliegt runter. Klatsche Richtung. Aber er fliegt. Mh, dort vorne. Die letzte Statue hier oben. Danach sind... Danach ist der Rest nur unten. So. Und runter. So. Komm her. Ja, vielleicht können wir den ja einfach dagegen werfen und dann geht die Statue schon kaputt. Nein, geht leider nicht. Oh, ähm, ja. Ups. Oh, zurück jetzt. Sau. Ich hab einfach noch rechte Maustaste zum Anvisieren gedrückt. Eine Statue noch. Wenn wir vorher nicht sterben. Gut. Das ist der Große. Vielleicht der zu uns. Hier stehe ich gerade nicht. Wir kämpfen hier auch gerade gegen alle. Ach, natürlich müssen wir noch alle töten. Na gut. Den lassen wir einfach nochmal. Der tötet auch alles andere hier. Nicht nur seine Gegner. Oh. Ausgewichen. Daneben. Oh, was ist das denn? Was hat der denn für einen Tritt? Au. Das tut weh. Das tut sehr weh. Das schwinde. Jetzt stört noch endlich mal. Oh, das tut weh. Das tut sehr weh. Nein. So. Jetzt kriegst du auch mal ein paar. Viel Spaß mit der Granate. Oh, der ist tot. Jetzt müssen wir nach oben. Aber immerhin war ja nur ein Schlägertyp. Den wir besiegen mussten. So. Das ist ganz schlecht hier unten. Ich wünschte, ich hätte mich nicht dazu entschieden, hier runter zu springen. So, ganz schnell wieder hoch. Ah, das hier hinten zu stören. Ja stimmt, die sind ja super langsam auf der Treppe. Das kann für uns gut, das kann für uns sehr gut sein. Ach, der ist tot. Ich brenne, aber der ist tot. Einmal nachladen. Jetzt explodier doch. Oh, das war sehr knapp. Und hier nehme ich mir mal kurz für den letzten Gegner. Ich vermute mal, wir haben alle getötet. 12. 12. 12. 12. Okay, dafür kriegen wir weniger als für die vorherige Mission. Aber wir haben eine neue Festung. Oh. Oh, stimmt. Wir sind ja noch Gegner. Beschwindet. Wir suchen die sich gegenseitig zu löschen. Das sah irgendwie gerade eben so aus. Oh, der ist jetzt endlich mal tot. Okay. Egal, weg damit. Ich will jetzt nicht sterben. Oh, das ist gar nicht mehr so tief. Gut, aber. Hier wende ich dann nun erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Seite,io2,4,4,3,2,6,5,0. Die aggiung wird ley, das istpero z Northe bis zum ersten Mal. Die Quelle sich merkt. Decke nicht mehr, wenn ich nur ein gutes Gesang. Die dueizenden Kugel commonensativ ist natürlich jeden Faller. Da hatte sich ein Gefühl, ich wäre es zu den Kugel und zu den Kugel. Egal dann trotzdem nichts mehr 好er. Bewegung fre channels, Shout sounds noch sechs bis heute mit ihm În Fragen. Das war nicht mehr, bedeutet dieCE